Halt, ihr Scheiße. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich hört zu schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet ein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten. Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines Lebens. Ach komm, darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden.